Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Zeller Ocolina of Time Da ist ja unser erster Kollege gefangen, ne? Und wir hauen mal wieder ab, ne? Erst einmal draufballern, da gibt ein Rubin Du hast auch noch Rubine Du hast ja auch noch eine Rubine, ne? Jawoll Du normalerweise auch, ja? So Aber Hey Kleiner, ich meine, ich schau hier in die Zelle Ja Bubi, wo siehst du? Ja, du sagst immer das gleiche Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt Befreie uns bitte alle Aber seid vorsichtig Hier gibt es eh eine Menge Gerudo Wächterinnen Hey, pass auf Immer das gleiche Vergesst dich Ab, ab Ab, ab Ab, ab Ab, ab Ab, ab Ab, ab Ab Aber Scheiße Ich muss so aufpassen Denn nicht immer nur lustig Wirklich Glück Ne? Ok. Korreleger Nummer 1 Und... Fünf... Stück Gibt's glaube ich... Insgesamt Oh, das wird glaube ich... Gefährlich Ja, nehmt mal Ok Ok, fünf Müssen wir befreien Weißte... Nutte... Entschuldigung, fahre ich jetzt mal schimpfen Das ist doch nicht Ich sag mir jetzt eigentlich nichts ausmacht Dazu ich die Kommentare schreiben Ne, da es da... Probleme gibt Sollte auch nicht passieren Ja, woble... Oh... Ohje... Voll... In... Die... Fresse Jawoll Äh... Da ist noch ne Nummer 2 Nummer 3 Jetzt schnell Raus Hier Frage Hier oder hier? Ich glaub zwar da vorn Aber gehen wir hier Ja... Schaut... Auch... Gut aus... Oder? Aha... Bloos... Nicht versauen... Ha... Hmm... Dekunus... Was ist das was her? Ja... Ja... Sonst ist immer das gleiche Brauch nicht rumlesen Aber das ist eh... Nicht immer... Und... Sieh das eh schon ausfällig künst, ne? Den... buenos C Na... Schaaf... Puh... Abmach oh no mei oh no mei oh no mei unser Pack Spielfehler ist da vorne Sechs ist voll auf der Mauer Spielfehler der Ausraum Wo ist der Schlüssel Habe den Schub? Echt? Ok Habe den gesponnt Blablablabla Paul Paulchen der rosa rote Panther Lauf da nimmer Früher Früher so viel Glauben Aber wirklich viel Heutzutage Also heutzutage Läuft Also lauft nur Schrott Außer Ein paar Anime Zwie 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 ich bin bereit zu schießen trauen wir uns heute in die Fähre zu gehen weil unser Puru wird jetzt in die Fähre gehen kippt jetzt kurz die Fähre und schmeißt mich gleich raus oder? Scheiße Scheiße Wo lang? Hä? Achso Ja Ja Wenn es nicht so kompliziert wäre Ich bin jetzt auch schon echt müde man möchte sehen Das hört sich so komisch in die Füße Weah Bei Dschinghis Jetzt ist so geil in die Füße Ha 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 Was gibt es? Epecreme Schon auch so viel Epecreme Besten YouTuber Oh, es kommt holen! Holen wir gleich! Ah, ich habe das! Das Problem ist jetzt... ...da unten... ...da rüber... ...hinten runter! Entschuldigung! Immer da runter... ...und da rüber! Scheiße! Hm... Ich riskiere... ...soi, soi, soi, soi! Ja, ich mache! Ich gehe mal da rein! Ah, da war das! Drei... ...zwei... ...eins... ...perfekt! Haha! Frau, ich glaube hier... ...jahwoll! ...kollege Nummer drei! Vier... ...ich glaube drei! Bloß nicht versauen Vielleicht haben wir noch mal Glück Glück zu strähen Du freu uns bitte Alle Bitte, bitte Ab Dreckswein Ab Genau das habe ich gemeint Wenn er so mit rüft Bringt viel rüber Und tuss sie Mit dem Master Schwert Das ist heftig Mit dem Master Schwert Hat sich kaum Schatz Und nicht mal Welche Empfehlungswerte Die Bitterungswerte E Empfehlungswerte Schutzt Aus dem Master Schwert Mit dem Master Schwert Muss man alle aus Ohne Schmarrn Mit dem Master Schwert echt super So. Einer von uns ist auch im Mangel. Könnte helfe ich da? Ja, mag ich. Verlauf den. Hör mal. So. Wollen wir mal die Zeit. Warte, warte. Hör mal. Vibe. Mein Schädel. Das war mein... Ja. Das war mein Ellbogen. Das habt ihr bestimmt gehört. Ins Knachsen. Mein Körper knachs kommt Schi. Krrk. Sehr schön. Ja. Tor, Tori. Aua. Und... Ist hier der letzte Kollege. Das wär geil. Hurra. Ja. In einer Runde. Alle... Fünf... Gefunden. Erleichterung. Vielen Dank. Für den Kollege. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wie lieb von dir. Ja. So. So. Wir haben einen vorgesehen. Das ist ein wenig. Schönes Tutsi. Nervs! Ab! Ich baller dich ab! Ich baller dich ab! Ich stech dich! Nein! Scheißdreck! Genauso wie gemeint! Ah, ist ja eine Scheiße! Ich hasse das zu sehen! Warum habe ich den Pfeil und den Bogen hier genommen? Warum? Ah, Mann! So eine Scheiße! Sonst habe ich immer kurz rufen! Ach, Kim! Ab jetzt! So! Nur den Schatzkisten! Ganz am Rand! Oh, jetzt ist das Gefängnis! Na? Kimme schrie? Oh, mich schon hin! Oder auch nicht! Mal versuchen! Echt nicht! Weißt was? Leck mich doch! Aber! Aaaaaaah! Es ist doch richtig! Natürlich! Nicht! Nein! Ach, Kim! Es ist scheiße! Die ganze Scheiße! Weg nochmal hier! Ach, sowas nervt! Schnauze! Schnauze! Nummern! Ja! Klappe! Es ist Snickers! Schnauze! Wieso hoher ich bist! Schnauze! Schnauze! So! Und noch ein Versuch! Hurra! Toller Bug! Raus hier! Und hier! He! Auf und da aus geht's! Oder? 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 Ja! Von hier oben aus kann man den Herdsteil schon holen. Geklaut. Was war das gerade? Dann war es so oben oder? Bitte, 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 bitte. Ja! Hurra, hurra, hurra! Vielleicht nochmal. Nur mal eins. Nur zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Scheiße. Sieben. Ach, leck mich doch! Das gibt's doch nicht! Nein! Schwierig ganze Scheiße, Mann! Ach, Kim! Seid mich auf! Ja! Lele Scheiße! Enderhocken! Also Scheiße! Willle ganze Scheiße nochmal! Also zum Kotzen! Ich führe! Auf! Rübe! so Gewalttätig Verfall holen Das ist scheiße Hol ich mal Fail des Tauches Unglaublich Weil es so einfach war Weil es so einfach war Ich bin jetzt nur wieder drin So Echt gut, das ist mein Schatzkiste Echt gut So Und noch einmal Versuch Nummer 4 Oder 3 Entschuldigung Echt gut Echt gut Echt gut Höhöhöhöhöhöh Jaaa, du trägst, du trägst, Mann. Oh, warte! Entschuldigung! Oh, es ist nervig! Ach! So eine Scheiße! So, ja! Ich bin nie froh! Entschuldigung, gerade eben! Aber sowas komme ich schnell zum Reizen bringen Aber... Man muss immer Glück haben Wann hat er jetzt grüne Kanto? Hä? Erst war die lila, jetzt ist grün Hä? Mach dich gleich noch ich! Nein, schmal! Entschuldigung! Ich weiß ab und an, kriege ich mich raus! Mach dich bitte! Aber ich hoffe nicht, dass es zu schlimm ist, vielleicht ich... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hurra, Hurra So, der Partner ist eigentlich vorbei Erst warst du lila und jetzt bist du grün So Aber endlich bin ich froh Jetzt bin ich froh vorbei Dann ist hier aufschlag Oh man Jetzt kippt das hier dran Okay Wir ziehen ist durch So Wir knießen scheiß ordentlich Schreit 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 Keine Ahnung Sowas nicht So So Oh Entschuldigung Ja Ja Also Aus 3 Pfeilen Und mehrere Pfeile Mal Falls es die Riste ist Und Genau Zwei 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 Aber Mehr als zu wenig Zwei 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 Er Zwei Hurra! Hurra! Was ist denn jetzt los? So. Aus von dem Klima. Hier haben wir noch vielleicht als diese Seite. Der Löwenkopf. Exersep. Ich habe dir eine. Exersep. Was ist denn so? Exersep? Exersep? Ja, da stehen wir quasi schon. Geh mir. Geh mir. Geh. Geh. Geh mir. 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 Mit diesem Part. Part. Schlüssel Nummer 1. Geh mir. Geh mir. Geh mir, die ist so schön. Geh mir. Ja, selporobiene. Und zwar mit dem hier. Geh mir. Geh mir. Ok, auf Zeit. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Schnell! Wo noch? Wo noch? Wo noch? Wo noch? Da oben! Noch eine Sache! Ja! So! Man braucht nicht alle Schlüssel. Wo das Wichtigste! Das macht man in dem nächsten Part. Alle Steine machen mich schon mal. Weg geht's! Ich bin Haupt. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. So, den nächsten Part macht man dann den Test weiter. So, liebe Freunde, Zuschauer, Kollegen und so weiter. Ich hoffe es hat euch den Part gefallen. Wenn es euch gefällt, lasst den Daumen da. Und abonnieren nicht vergessen. Alles dann, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.